Liebe Kinder und Besucher der größten Nikolajs-Aktion Hessens in Bad Hersfeld, leider kann ich in diesem Jahr nicht live bei euch sein. Ich wünsche euch dennoch einen guten Verlauf der Veranstaltung, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr unter dem Motto Kinder der Erde. Viel Spaß! Goldne Heide, grüne Wälder, hohe Berge, blaues Meer, wie wunderbar ist unsere Heimat, jeder ist ein Teil von ihr. Tausend Vögel in den Lüften, bunte Blumen ohne Zahl, ein Geschenk für unser Herz und Auge, Herrgott, dafür dank ich dir. Kinder der Erde, sind wir alle, du und ich, denn die Welt ist unsere Mutter, für dich genauso wie für mich. Kinder der Erde, auf der Suche nach Frieden und Glück, schenkt die Schöpfung uns noch heute vom Paradies, das schönste Stück. All Menschen sind als Brüder und als Schwestern froh vereint, so wollen wir uns darauf besinnen, wie's vom Herrgott eisgebrannt. Keine Grenzen, keine Maul, zieht die Schöpfung für uns wohl, bau von Mensch zu Mensch die goldene Brücke und reich ihm als Freund die Hand. Kinder der Erde, sind wir alle, du und ich, denn die Welt ist unsere Mutter, für dich genauso wie für mich. Kinder der Erde, auf der Suche nach Frieden und Glück, schenkt die Schöpfung uns noch heute vom Paradies, das schönste Stück. Kinder der Erde, sind wir alle, du und ich, denn die Welt ist unsere Mutter, für dich genauso wie für mich. Kinder der Erde, auf der Suche nach Frieden und Glück, schenkt die Schöpfung uns noch heute vom Paradies, das schönste Stück.